Ideetipp Nr. 31 Adventskalender selbstgemacht Solch einen riesigen Adventskalender, der zugleich ein hübscher Wandschmuck ist, können wir ohne großen Aufwand selbst gestalten. Dazu benötigen wir einen großen Keilrahmen, 24 Papiertüten unterschiedlicher Größe, Sticker, Federn und Reflections, eine Malpalette, goldene Acrylfarbe, einen flachen Grundierpinsel und doppelseitiges Klebeband. Dazu Klebstoff, Schere und Stifte. Wir beginnen damit, dass wir den Keilrahmen grundieren. Alternativ zum Pinsel können wir einen Schwamm oder einen Schaumroller verwenden. Während der Rahmen trocknet, gestalten wir die Tüten, indem wir kleine Flügel, Sternensticker, Glitter oder Federn aufkleben. Für die Zahlen 1 bis 24 benutzen wir Reflections. Das sind kleine Ziffern, Buchstaben oder Ornamente aus selbstklebenden Spiegeln. Die vordere Schutzfolie ziehen wir erst zum Schluss ab. Mit etwas doppelseitigem Klebeband befestigen wir die Tüten in beliebiger Reihenfolge auf dem Keilrahmen. Damit alles passt, legen wir sie vor dem Aufkleben schon mal in die richtige Position. Tack, Frau Schäu. ceks тор ... Untertitelung des ZDF, 2020